Nach Spider-Man und Superman, jetzt der German! Eins, zwei, eins, go! Eins, zwei, eins, go! Herzlich willkommen hier bei You Are Wanted am Set. Wir drehen heute eine Einstellung aus dem Film Titanic, an der Stelle wo Jack Dawson Rose verlassen wird. Was das mit unserer Serie zu tun hat, werdet ihr erfahren, wenn ihr in die Serie schaut You Are Wanted 2 2018 bei Amazon Prime. Bis zum nächsten Mal.